Und die Entscheidung von Marc Geiger, vieler Beweis, soverschützt von ihr, soverschützt von ihr. Kommt auf, Alter! Ja! 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 Ja, ich werde auch die weiteren WM-Spiele gucken. Es gibt ja nach wie vor interessante Partien und als Fußballfan ist es immer interessant. Also, es ist schade, dass Deutschland raus ist, aber dein WM-Eifer drückt es nicht. Die WM macht jetzt nicht mehr ganz so viel Spaß, aber man kann sie trotzdem noch verfolgen. Ja, nicht so viel. Also, wenn dein eigenes Land verliert, dann ist das vor allem in der Vorrunde keine schöne Sache gewesen.